Was Sie jetzt erleben, haben Sie in einem Film noch nie gesehen. Der große Bruno Ferrari wird in wenigen Augenblicken etwas bieten, was in der Geschichte des Films einmalig ist. Das Ding wackelt ja wie ein Lämmerschwanz. Der scheißt sich doch jetzt schon die Hose voll. Pff, diesen. Ein anderes Dubel muss her. Ich brauch keinen Waschlappen, sondern einen Draufgänger. Nun, was soll denn das? Der Stuntman, der deine Szenen dubelt, ein absolutes Ass. Und besonders auf dem Gebiet ist er überhaupt nicht zu schlagen. Sie müssen den Filmkasten gar nicht erst wahrnehmen und reinschauen dürfen Sie nie in die Kamera. Ja, dann mal los. Jetzt kommt der letzte kleine Dreher. Mach doch mal kleine Zugaben. Für mein Geld. Der sieht ja entsetzlich aus, ganz grauslich. Aber was er macht, ist klasse. Wie der aussieht, da beschlägt doch jede Kameralinse. Sie liebt nur einen und das bist nicht du. K-k-k-k-laste. Die Braut hat ja so viel Safte im Kostüm, die will ich nicht nur sehen, die will ich schmecken. Sie fliegen raus. Klar, lass aber nur ist die Frisur, Marsch. Bellissima, wunderbar. Die meint mich? In Paris ist mein Motto nur nicht auffallen. Das blonde Gifter, ist das die Mama? Nicht, ja. Der große Durchbruch dürfte das nicht gerade sein. Da schubs ich lieber alte Frauen vom Nachttopf. Da habe ich meine kleinen Prinzipien. Na nun komm, spiel hier doch nicht den wilden Meister. Ich kaufe dir auch ein Portier zum Abendbrot. Nicht nur mit meinem Können, auch mit meinem Körper bringe ich einiges zustande. Ich auch. Reptieren mit Busen, aber Krokodile fressen auch nicht alles. Seit meiner Geburt, wo ich der Hebamme in den Finger biss, bis zum heutigen Tag reizt mich nur das, was andere verabscheuen. Ja, ehrlich. Sie sollten mich kennenlernen. Ich bin ein irrer Typ.